Hallo, in diesem Video werde ich dir erklären, wie du eine Wortwolke für dein Lesetagebuch erstellen kannst. Als erstes besuchst du die Internetseite www.wortwolken.com. Dort klickst du in der Menüleiste oben rechts auf Assistent, um die Wörter für deine Wortwolke einzugeben. Klicke auf Schreibe oder kopiere Text. In dieses Eingabefeld trägst du jetzt alle Wörter ein, die mit dem Buch, das du gelesen hast, zu tun haben. Ich habe hier schon ein kleines Beispiel zum Buch Momo von Michael Ende angefertigt. Du kannst Wörter eintragen, die entweder im Buch selbst direkt vorkommen oder die mit dem Buch in einer direkten Verbindung stehen. Das können Personen sein, aber genauso gut können es Verben oder Adjektive sein, die gut zum Buch passen. Wenn deine Liste vollständig ist, kannst du auf Anwenden klicken. Je mehr Wörter du eingibst, desto interessanter wird deine Wortwolke werden. Hier siehst du jetzt schon, dass aus den Worten, die du eingegeben hast, eine kleine Figur erstellt wurde. Wenn du auf Umriss klickst, kannst du auswählen, welche Form die Figur haben soll. Ich entscheide mich beim Buch Momo für eine Sanduhr, weil dies gut zum Thema Zeit passt. Hätte ich mehr Wörter gewählt, würde die Figur vielleicht noch mehr wie eine Sanduhr aussehen. Wenn ich auf Wortliste klicke, kann ich noch einstellen, welche Wörter besonders groß dargestellt werden sollen. Zum Beispiel möchte ich, dass das Wort Momo größer dargestellt ist. Deswegen ändere ich die 1 zu einer 3. Dadurch erhält das Wort Momo eine höhere Wichtigkeit und wird größer dargestellt. Genauso möchte ich, dass Cassiopeia größer dargestellt wird und ich möchte, dass das Wort Zeitdiebe größer dargestellt ist. Klicke ich jetzt auf Anwenden, klicke ich auf Schließen, sehe ich, dass schon ein paar Wörter größer dargestellt sind. Das Programm zeigt mir aber auch hier oben an, dass 11 Wörter weggelassen wurden. Um diese Wörter auch anzeigen zu lassen, muss ich diesen Schieberegler Stück für Stück nach links ziehen. Jetzt sind nur noch 6 Wörter weggelassen worden. Jetzt sind es noch 4 Wörter, jetzt noch 2 Wörter, noch ein Wort und jetzt sind im fertigen Bild alle Wörter, die zum Buch Momo gehören, angezeigt. Man sieht, dass Momo, Cassiopeia, aber auch das Wort Zeitdiebe größer dargestellt ist. Wenn ich auf Thema klicke, kann ich die Farben ändern, zum Beispiel einen weißen Hintergrund und nur die Farben Rot und Blau sind verwendet. Unter Schriftart kann ich zudem noch eine andere Schriftart wählen. Bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, kann ich auf Datei und dann auf Drucken klicken, um meine fertige Wortwolke auszudrucken. Klicke ich auf Datei und dann speichern, wird die Wortwolke heruntergeladen und ich kann sie später noch einmal wieder bearbeiten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Erstellen von eigenen Wortwolken.